Die spielen hier für euch einfach so ein paar Lieder von anderen Bands und von sich selber, denn ihr müsst erwarten, wer dann die Band ist, die dann zu uns kommt. Wir fangen natürlich wieder an mit dem Donnerstag. In altgewohnter Manier soll es da wieder die größte Uniparty Weirols werden. Ändern das Konzept da nicht großartig, aber wer als Stargast dazukommt, das müsst ihr dann schon mal erraten, aber ich denke wir fangen ganz leicht an. Also das müsstet ihr jetzt schon. Jetzt aber. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Wir fangen an mit Groove Control. Das sind fünf Freireiter, die sich im Spiel ein ziemliches Fanpublikum erspielt haben. Ganz am Anfang. Ruf. Wie heißt es nochmal? So gut. So gut auf und schon. Werden dann auch zu einem Künstler kommen. Was spielt ihr jetzt? Den kennt ihr jetzt wahrscheinlich oder wahrscheinlich die wenigsten. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass CD-Verkauf und so weiter schon schwierig ist. Die Künstler wachsen eilig über die sozialen Medien. Und Halla, heißt der Künstler, macht sehr einfühlsame, sehr zugängliche Lieder. Der ist groß geworden durch YouTube. Und dann kommen wir zum zweiten Eck. Der hat ganz andere Künstler. Besonderheiten, ganz andere Highlights und vielleicht auch ein bisschen mehr Mencore. Der Teil ist schon. Das kann ich nicht sein. Hei! Herr Haber! Echt? Die lebt noch? Herr Haber! Ja, der Teil ist schon. Und das wird schon gefallen. Papa, was auch alles tun? Yes! Mit dem Seppo, Seppo ohne Waschbordbellis, haben wir einen langjährigen Freund, der das auch wunderbar spielt. Tolle Klänge, alles im Repertoire, aber nicht so auftretendlich, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Dafür haben wir dann die Krawallband, die danach kommt. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben uns dieses Mal wirklich müde. Eins, zwei, drei, vier, oi! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.